Wow, ich würde den Anfang jetzt einfach wegschneiden. Man merkt, das ist nicht der erste Frachtbrief, den du auspackst. Das ist ein Lieferschein. Und zwar an Katrikusi, Mäcki. Ja, das ist richtig. Galvanik bis 6 Minuten unter Mindermengenzuschlag unter 500. Das dürfte es sein. Jetzt geht es weiter. Okay. So. Das sieht aber nicht so gut aus. Was haben die denn uns alles mitgeschenkt von Müll? Ich habe hier den ganzen alten Sachen, die sie nicht mehr brauchen. Aber ich sehe da etwas. Das sind leere Hüllen. Das sind leere Hüllen. Aha. Das ist ja schon mal gut. Und sogar mit vorderen Rückseite richtig bedruckt. Da hatten sie noch ein paar Hüllen übrig. Das ist ja schon mal ein paar Hüllen. Und läuft. Und klingt. Das ist ja schon mal ein paar Hüllen. 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 Hüllen. Das ist ja schon mal ein paar Hüllen. Das ist ja schon mal ein paar Hüllen. Das ist ja schon mal ein paar Hüllen. Hüllen. Das ist ja schon mal ein paar 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 Hüllen. Hüllen. Das ist ja schon mal ein paar Hüllen.